Kommen wir doch jetzt mal zu deiner Kindheit, wirklich zu dem Motto auch deines Engagements. Magst du ein bisschen erzählen, wie das für deine Eltern und dann später für dich war mit der Nachkriegszeit? Ja, also meine Eltern sind beide unabhängig voneinander in 1950 nach Stuttgart gekommen. Meine Mutter hat aber vorher schon in den 40er Jahren die Flucht mit ihrer Familie antreten müssen aus Breslau. Also sie ist eigentlich eine geborene Preußin, würde ich das mal sagen, dem heutigen Wroclaw. Es ist eine sehr schön sanierte Stadt, lohnt sich auf jeden Fall hinzufahren. Aber damit verbunden war, eben tatsächlich alles aufgegeben zu haben. Haus und Hof und alle sozialen Strukturen, die eine gewachsene Kindheit eigentlich ausmachen. Und sie ist damals mit ihrer Familie auch nach Sachsen. Und mein Vater ist in Oschatz geboren, auch in Sachsen, aber nicht in der Ecke, wo meine Mutter dann mit ihrer Familie landete. Also die haben sich in Stuttgart kennengelernt, 1950, unter sehr bescheidenen Umständen. Warum ist deine Mutter nach Stuttgart dann gekommen? Sie war, also erstens war sie verliebt und hatte in ihrer Zwischenheimat sozusagen ihren Freund, der auch abgehauen war und der ihr gesagt hat, er haut nach Stuttgart ab. Die haben sich da auch getroffen. Aber aus der Liebe ist dann nicht wirklich was geworden. Die Lebensumstände waren hochkompliziert. Und sie hat dort in einem jungen Männerwohnheim als Kindermädchen, als Haushaltsmädchen gearbeitet. Und mein Vater hat dort gewohnt. Ah, eine Nachkriegsgeschichte. Genau, eine Nachkriegsliebe und Geschichte. Und so haben die sich kennengelernt. Und so sind relativ zügig 1952, 1954 und 1956 meine Geschwister geboren. Und ich 1961 dann. Und wir sind in einem sehr christlich geprägten Haushalt groß geworden. Meine Eltern waren überzeugte Pietisten. Die sind dann zwar später mit viel Wut im Bauch aus der Kirche ausgetreten. Aber die Leitmotive, die christlichen Grundgedanken haben unser Leben wirklich vom ersten Tag an geprägt. Und wir sind mit zwei extrem lebendigen Elternteilen groß geworden, die ganz viel Wissen mitgebracht haben in unsere Familie. Mit Musik und Malerei und Philosophie und eben auch politischem Engagement. Mein Vater war sehr engagiert in der Gewerkschaft. Der war Chemograf. Und es gab eigentlich keine Diskussion, die bei uns am Küchentisch nicht geführt worden ist. Und ob das jetzt Paragraf 218 war oder ob das RAF war oder ob das neue, moderne Kunst war. Mein Vater hat uns in die Kunstausstellung geschleppt. Schon damals Rothko und alle modernen Maler sind wir durchgegangen. Glück gehabt, ne? Ja, auf der einen Seite. Aber mein Vater war ein großer Theoretiker. Und meine Mutter war die Praktische. Jetzt könnte man sagen, die haben sich gut ergänzt. Aber beim Zusammenleben ist das so eine Sache, wenn der Theoretiker immer nur verspricht und die Praktikerin darauf wartet, dass das Versprochene gemacht wird. Dann schafft das eine ungute Situation. Auf jeden Fall sind wir beiden Elternteilen wirklich dankbar für all ihre Anregungen, die sie uns mitgegeben haben. Und dazu gehört wirklich Verantwortung zu übernehmen. Denn sie haben beide in ihren Lebensabschnitten, egal wo sie waren, immer Verantwortung übernommen. Haben sie denn auch politisch mal Streit gehabt oder waren die immer einer Meinung? Ne, politisch haben die eigentlich selten Streit gehabt. Ja, da waren sie ziemlich einer Meinung. Und ich habe in der Tat mit meinem neunten Lebensjahr meinen ersten Wahlkampf gemacht, obwohl beide nicht Parteimitglieder waren. Aber Willi wählen war selbstverständlich. Also ich bin mit meinem neunten Lebensjahr an der Hand mit meinem Papa durch die Straßen gezogen und habe Postkarten Willi wählen in die Briefkästen geschmissen. Und Papa bleibt am Samstag zu Hause. Das waren die damals die großen Plakate der Gewerkschaften. Das muss man sich vorstellen, da war Samstag eben noch ganz normaler Arbeitstag. Auch die Schule hat noch Samstag stattgefunden, noch lange. Im Übrigen die Schule noch lange. Aber dafür haben meine Eltern gekämpft. Wie war es als Kind jetzt in einem Sozialwohnungsbaufiertel zu leben, wo anscheinend viele Aussiedler und Flüchtlinge auch lebten? Also wir hatten viele Spätaussiedler als Nachbarn. Und ja, wie war das? In Stuttgart ist der Fasanhof damals als Ghetto verschrien worden. Man würde sagen, heute würde man es ein Ghetto nennen. Ich selber habe das nie so empfunden. Nie. Meine Geschwister haben das ein bisschen anders wahrgenommen als ich. Du warst die Jüngste. Ich war die Jüngste. Vielleicht haben die es in der Schule mehr gemerkt. Auch die Behütetste, würde ich sagen. Und das hat sicherlich viel mit der Position innerhalb einer Familie zu tun. Aber ich bin eigentlich immer stolz durch die Gegend gelaufen. Und habe mich nie versteckt oder nie das Gefühl gehabt, mich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Im Gegenteil, ich habe eigentlich immer unseren Stadtteil verteidigt. Also ich bin in einer ganz anderen Sozialisation dann in die Schule gegangen. Das Paracelsus-Gymnasium in Hohenheim. Das ist eher Einfamilienhaus, Universitätsstadt, Großbürgertum, Park, wunderschöne Wohngegend. Und wir sind mit der Straßenbahn, jeden Tag habe ich einen Schulweg von einer Dreiviertelstunde mit der Bahn und mit dem Bus gehabt, sind wir da immer hingefahren als kleine Truppe. Und wir sind durchaus auch angegriffen worden in der Schulsituation im Sinne von asozial. Aber wir waren vieles, aber wir waren nicht asozial. Also wir haben das zwar ein bisschen aufgemischt, aber es hat mir eigentlich eher immer das Gefühl gegeben, die Dinge bewältigen zu können. Und hast du vielleicht da auch schon gemerkt, dass du mit Bildung immer kontern kannst und dass das auch heute für Flüchtlinge, so kommt es mir in den Sinn, der Schlüssel ja ist. Es ist für alle Gesellschaften der Schlüssel. Bildung ist für alle Gesellschaften der Schlüssel. Es gibt keine Gesellschaft, die ohne Bildung demokratische Strukturen schaffen kann. Es gibt keine Gesellschaft, die ohne Bildung Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern herstellen kann. Das ist das A und O. Und ja, damit bin ich ja Gott sei Dank groß geworden. Das war ja das, was meine Eltern oder unsere Eltern uns wirklich vom ersten Tag an mitgegeben haben, sich kritisch mit der Welt auseinanderzusetzen und alles zu hinterfragen. Und selbst wenn ich eine gute Antwort kriege, nochmal selber drüber nachzudenken. Was hat für dich die Religiosität deiner Eltern bedeutet und für dich heute oder später dann Thema Glauben? Also mir kommt es so vor, als ob du wirklich auch aus christlichem Engagement deine Arbeit machst. Diese christliche Grundeinstellung und Haltung bedeutet für mich Hingabe. Es ist wirklich die Hingabe an eine Sache. Und der Glaube, nicht nur unbedingt im Sinne des religiösen Glaubens, sondern das kann auch ein Glaube an eine Sache sein. Oder der Glaube und die Überzeugung, für etwas einzutreten. Und das mit ganzem Herzen. Das ist uns von unseren Eltern auch vorgelebt worden. Manchmal ist das anstrengend, weil man die Dinge dann nicht halb macht. Also es ist dann so ein Alles oder Nichts. Und ich könnte zum Beispiel so eine Vereinsgründung oder so eine Initiative auch nicht so nebenbei machen. Ich bin überzeugt davon, dass wenn man, selbst wenn man etwas tun muss, was einem nicht gefällt oder nicht gut, es muss einem immer irgendwie gut tun, aber selbst wenn innere Widerstände da sind, man sollte versuchen, die Dinge zu 100 Prozent zu tun. Weil man dann eigentlich erst in dem Moment, wo man etwas annimmt, erfährt, welche Bandbreite das Thema einem anbietet. Wenn man immer wieder ablehnt und immer wieder innere Widerstände überwinden muss, dann kostet das Thema anzunehmen so viel mehr Kraft, als wenn man von Anfang an sagt, okay, scheiße, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich das jetzt auch noch machen soll. Aber okay, dann gucke ich mir den Antrag an oder ich gucke mir die Aufgabe an oder ich gucke mir den Fall an, den ich als Anwältin da auf den Tisch kriege. oder den Gegner und sage, ja gut, warum sagt er das, warum macht er das? Also in dem Moment, je eher ich anfange, mich tatsächlich dem zu stellen, was mir als Aufgabe angeboten wird, desto mehr eher und desto besser bewältige ich sie. Aber es klingt ja auch ein bisschen gefährlich. Kannst du denn auch ab und an mal eine Aufgabe sein lassen oder beenden, wenn es zu viel wird? Ja, absolut. Das kannst du mittlerweile oder konntest du das immer gut? Da muss ich differenzieren. In meinem Beruf als Rechtsanwältin musste ich das lernen. Denn in den ersten Jahren bin ich tatsächlich mit meinen Fällen nach Hause gegangen. Und das hat mich durchaus hin und wieder auch an einen Punkt gebracht, wo ich erschöpft war. Inzwischen weiß ich, dass ich, indem ich die Fälle im Büro lasse oder auch im Urlaub, einfach in der Kanzlei lasse, dass ich dann mit mehr Kraft sehr viel mehr bewirken kann. Zu anderen Punkten ist es so, also ich habe ja zum Beispiel diese Initiative in der Aufklärung über Scientology. Die habe ich zwei Jahre sehr intensiv gemacht und dann habe ich angefangen, so Vorträge zu halten in Schulen über Destructive Cults. Zusammen im Übrigen mit einer ganz wunderbaren Mitstreiterin, mit Bettina Machacek von der CDU damals. Wir haben uns nämlich auch an dem Thema sehr wohl verstanden und ich verstehe mich heute noch mit ihr an dem einen oder anderen Thema. Und wir sind durch die Schulen gegangen und haben über dieses Thema aufgeklärt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, jetzt ist gut. Also ich hätte das Jahre weitermachen können. Und irgendwann habe ich gemerkt, zu viel und zu lange, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, tut einem selber nicht gut. Also es gibt dann, jedes Ding hat seine Zeit. Das ist ein Motto, ne? Ja, das ist ein absolutes Motto von mir. Ist ja auch ein christliches, ne? Das wusste ich jetzt gar nicht. Doch, alles hat seine Zeit. Es gibt die Zeit zum Säen, es gibt die Zeit zum Ernten und so weiter. Ach so, ja, genau. Ja. Ja, richtig. Ja, richtig. Vielen Dank.